Die Städte Noch einmal zurück zu den Tageslichtaufnahmen mit den Lichtmasten. Rechts ist ein Wasserlauf mit einem Boot zu sehen. Es existieren Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die an genau demselben Ort entstanden sind. Wenn auch mit Sicherheit später, denn inzwischen wurde eine Brücke gebaut. Der Blickwinkel muss den Regisseuren der Propagandafilme gefallen haben. Doch diesmal ist der Kameramann noch ein wenig unerfahren. Auf diesen Bildern sind elektrische Leitungen zu sehen, die sich quer über die Baustelle spannen. Sie lieferten Strom für die Beleuchtung, aber auch für die Lautsprecher, aus denen patriotische Lieder wie dieses hier tönten. Hören wir das noch einmal, diesmal mit Übersetzung. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 An freien Abenden werden Filme wie dieser manchmal auf weiße Laken projiziert. Diese ebenfalls sehr sorgfältig inszenierten Bilder entstanden in einem Ausbildungszentrum für Jugendliche, die sich durch vorbildliche Leistungen verdient gemacht haben. Wir hören den Originalkommentar des Films. In einem anderen Propagandafilm werden die Anstrengungen gepriesen, die Anka für die Gesundheit der Kleinsten unternimmt. Es fällt auf, dass die Mütter in dieser Klinik alle die gleiche schwarze Uniform der roten Kmäher tragen. Noch einmal zurück. Und die Kleinen stecken alle in genau den gleichen karierten Pyjamas. Die notwendige Ausrüstung für diese Filme, Kameras, Scheinwerfer und Mikros wurden von China geliefert. Damit sie im ganzen Land gezeigt werden können, werden Jugendliche zu Filmvorführern ausgebildet. Dieser junge Mann ist zweifellos privilegiert. Die große Mehrheit seiner Altersgenossen muss genau wie die Erwachsenen auf Baustellen arbeiten. Manche beginnen schon sehr jung. Das Kind, das hier im Hintergrund mit seinem Tragjoch vorüberläuft, wie alt mag es sein? Fünf oder sechs Jahre? Vielleicht ein bisschen älter. Oder die Kleinen hier im Vordergrund? Das Regime schämt sich nicht, diese Kinder zu drehen. Im Gegenteil, es ist stolz darauf, sie bei der Arbeit zu zeigen. Diese Kinder leben nicht bei ihren Eltern. Es ist ihnen verboten, die Wörter Papa oder Mama zu benutzen. Es heißt Onkel und Tante. Wenn sie größer sind, wird das Regime einige von ihnen zu ergebenen Aufsehern machen, die von den Erwachsenen am meisten gefürchtet werden. Dieser Junge zum Beispiel. Sein Benehmen und seine Haltung sind typisch für diese sehr jungen Chefs, die über Leben und Tod der Erwachsenen entscheiden konnten. Dieser Film soll zeigen, dass das Land mehr Reis denn je produziert. In Wirklichkeit ist der Reisanbau jedoch eine Katastrophe. Die Produktion hat wegen der mangelnden Motivation und der Erschöpfung der Bauern stark abgenommen. Diese Reissäcke werden wahrscheinlich nach China geschickt. Der große Nachbar gewährt Unterstützung, nimmt Kambodscha jedoch seine Rohstoffe. Die folgenden Propaganda-Bilder der Roten Khmer wurden Ende 1978 von Pol Pot persönlich konzipiert und inszeniert. Pol Pot wollte einen Film mit Schauspielern und Statisten drehen lassen, der dem Volk von seinen ersten Siegen in den späten 60er Jahren erzählt. Diese Szene, nicht besonders gut gedreht und von sehr unerfahrenen Schauspielern gespielt, soll zeigen, wie Pol Pot mit Unterstützung der Bergvölker die Regierungstruppen von Marschallon Noll in die Flucht schlug. Das war im Nordosten des Landes, in einer Region, die drei bis vierhundert Kilometer von Phnom Penh entfernt liegt. Diese Bilder sind Rohmaterial geblieben, weil Pol Pot und die Roten Khmer kurz nach ihrer Entstehung die Macht verloren. Pol Pot hatte für die Dreharbeiten genaue Anweisungen gegeben. Viele Szenen wie diese hier mussten mehrmals wiederholt werden. Es ist eben nicht leicht, zum Beispiel einen Pfeil zu verstecken und so zu tun, als hätte er einen gerade erst getroffen. Die Armbrustschützen spielen sich selbst. Es sind Männer der Bergvölker, die in den Wäldern Ostkambodschas leben. Die sonst für die Jagd verwendeten Pfeile sind mit einem Sud vergiftet, der in Töpfen wie diesem hier zubereitet wird. Merkwürdigerweise werden die Pfeile nicht von Töchtern der Bergvölker hergestellt. Pol Pot hat verfügt, dass verdienstvolle junge Frauen der Roten Khmer ihre Rolle spielen. Sie tragen auch die von Anka vorgeschriebene Uniform. Diese Bilder zeigen einen Besuch Pol Potts auf einer Kautschuk-Plantage. Sie wurden in derselben Region, unweit der vietnamesischen Grenze gedreht. Offiziell wurde Pol Pot als Delegierter der Arbeiter auf den Kautschuk-Plantagen an die Spitze des Landes gewählt. Pol Pot hat jedoch nie auf einer Plantage gearbeitet. Genau wie er, entgegen seinen Behauptungen, auch niemals Mönch gewesen ist. Moment mal. Im Hintergrund patrouilliert ein bewaffneter Mann. Es sind sogar zwei. An der Spitze der Hierarchie wird viel gelächelt. Aber keiner traut dem anderen. Seit Pol Pot an der Macht ist, sind schon viele Köpfe gerollt. Anlässlich einer Parteiversammlung im Olympiastadion von Phnom Penh im Jahr 1976 dreht ein Kameramann eine Szene, die nicht für seine Augen bestimmt ist. Pol Pot und sein Gefolge werden bereits von anderen hohen Parteifunktionären erwartet. Dieser Mann, ganz rechts im Bild, ist Koi Thuon, ein gemäßigter Parteifunktionär. Pol Pot gibt ihm die Hand, gefolgt von … Betrachten wir die Szene noch einmal. Bild für Bild. Bruder Nummer zwei weigert sich, ihm die Hand zu geben und sieht ihm dabei lächelnd ins Gesicht. Das Ganze wirkt fast wie ein Spiel, aber es ist kein Spiel. Bruder Nummer zwei wird Koi Thuon verhaften, foltern und vernichten lassen. Auch seine Familie wird gefoltert und vernichtet. Vernichten bedeutet in Ankars Sprachgebrauch eliminieren, töten, ermorden. Pol Pot und seine Vertrauten wittern überall Verrat. Angesichts der wachsenden Gefahr eines Krieges mit Vietnam führt die zwanghafte Angst vor Verrätern in der Partei immer häufiger zu Verhaftungen und regelrechten Blutbädern. Während der Herrschaft der Roten Khmer bleiben Besuche ausländischer Staatschefs die Ausnahme. Im Dezember 1977 wird Prinz Sufhanu Vong, der Präsident von Laos, erwartet. Hier steigt er gerade aus seinem Flugzeug. Er kommt nach Phnom Penh, um zwischen Kambodscha und Vietnam zu vermitteln und wird von den höchsten Funktionären der Roten Khmer empfangen. Doch Pol Pot ist nicht gekommen. Der Präsident von Laos wird sich vergeblich bemühen. Pol Pot will den Krieg. Er lässt sogar weniger kriegswillige Funktionäre verhaften, so den Kommunikationsminister Mai Prang, der hier den Präsidenten von Laos umarmt, oder auch den Industrieminister Cheng An. Beide werden gefoltert und vernichtet. Ein Jahr später startet Vietnam seine große Offensive. Phnom Penh fällt Anfang Januar 1979. Pol Pot und seine letzten Anhänger fliehen in das Umland der Stadt Pailin, an der thailändischen Grenze, wo sie damit fortfahren, sich gegenseitig umzubringen. Doch zurück zu den Bildern von der Ankunft im Olympiastadion, die wir bereits gesehen haben. Von den neun hohen Parteifunktionären, die hier lächelnd applaudieren, werden sechs vernichtet. Einige sterben noch während der Herrschaft der Roten Khmer, andere später. Khoi Thuon und Nais Haran werden 1977 vernichtet. So Pim wird 1978 verschwinden. Von Wett ebenso. 20 Jahre später, im Juni 1997, werden Son Sen und seine Familie auf Befehl Pol Potts im Untergrund ermordet. Und schließlich wird auch Pol Pot verhaftet und von Tam Mook, einem seiner Waffenbrüder, verurteilt. Er stirbt im April 1998 in der Haft. Pol Potts wurde während seiner Herrschaft nur ein einziges Mal von einer westlichen Kamera gefilmt. Das war am 18. März 1978. An diesem Tag startete Pol Potts eine Charme-Offensive und gewährte einem ausländischen Fernsehteam ein Interview. Er entschied sich für das jugoslawische Fernsehen. Eine Sensation. Die Bilder des scheinbar so liebenswürdigen Tyrannen gehen um die Welt. Die Journalisten aus dem kommunistischen Bruderland dürfen sogar in den menschenleeren Straßen von Phnom Penh drehen. Bestürzende Aufnahmen. In seinem Interview hat Pol Pot ihnen erklärt, dass die Räumung der Stadt ausschließlich dem Schutz des Khmer-Volkes diene. Diese Bilder von geschlossenen Kinosälen verleiten zu der Annahme, dass in Kambodscha keine Filme mehr produziert oder gezeigt wurden. Ein Irrtum. Das Regime hat Dutzende von Filmen gedreht. Und während unter strenger Aufsicht diese Reportage entstand, stieg die Zahl der Opfer der Roten Khmer weiter an. Innerhalb von vier Jahren starben über anderthalb Millionen Kambodschaner an Hunger, Krankheiten und Erschöpfung. Oder wurden kaltblütig ermordet.